name drücken so und dann läuft das einfach im hintergrund mit weißt du und dann kann man halt diese gespräche führen die halt ja meiner meinung nach schon gerade einfach sehr wertvoll sind also mir persönlich bringen die einfach sehr viel ja ja klar es ist ja auch was anderes wenn man sich mit leuten unterhält die so denken wie wir klar natürlich weil das ja dann nicht erklären du brauchst dich ja auch jetzt nicht nicht vor mir nicht fertigen ja das hat ja damit nichts zu tun es ist halt es ist halt einfach deine die 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 Qualität dessen womit dein Gehirn sich beschäftigt wenn du dich mit jemandem unterhältst der halt den das auch interessiert was dich interessiert dann hast du halt jede Sekunde die du damit beschäftigt bist fütterst du halt eben damit das fütterst du mit deinem interesse das heißt in dir wächst ja dann auch was was du dann irgendwann tatsächlich mal als wissend auch verwenden kannst so und deswegen finde ich das halt eben so praktisch und cool wenn man halt eben seine zeit damit verbringen kann nicht verschwenden braucht eben und das war das was ich gerade eben meinte das ist für mich echt seitdem ich facebook also ich habe vorher wirklich stunden meines tages in facebook und in instagram verbracht und das überwiegend schriftlich ich habe immer noch mit sehr vielen leuten kommuniziert aber meistens schriftlich ich habe so gut wie nie telefoniert habe das auch das war mir bewusst und das mehrfach so ausgedrückt ich telefoniere auch einfach so nicht gern wenn das heißt dass ich mir da irgend ein ding ans ohr drücken muss das ist das was mich am telefonieren immer gestört hat weil mir dann einfach irgendwann das ohr wehgetan hat aber jetzt so wie in diesem fall brauche ich das ja gar nicht mehr ich kann jetzt hier quasi wieder frei sprechen mit leuten die zwar gerade physisch nicht anwesend sind aber im gespräch mit mir verbunden wo zwei oder drei in meinem namen versammelt sind da bin ich mitten unter ihnen da sprach jesus nicht von sich selbst möchte ich noch mal an dieser stelle erwähnen sondern von allem allem was existiert 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 materiell deswegen weil das zwischen zwei oder drei oder noch mehr unter ihnen ist und so manifestiert sich das und wenn sich tausende bis millionen leute für ein bestimmtes thema interessieren wobei völlig egal ist was sie da gerade von halten aber sie sind damit beschäftigt und füttern es mit energie und so so kommen dinge in existenz das ist der werdegang jeder einzelnen erfindung die es gibt so und für mich ist das halt eben tatsächlich jetzt sehr interessant nach jetzt zwölftägiger abstinenz dieser dinge und dadurch halt eben auch einen möglichen wandel in meinem leben der das war abzusehen es war abzusehen dass sich irgendetwas ändert wenn ich das eben nicht mehr stundenlang nutze das dafür brauchte ich kein hellseher zu sein das war pure logik und da ich es auch noch wusste und dann auch noch wusste dass es an mir liegt welche richtung in welcher richtung es dann weitergeht habe ich halt einfach ganz bewusst mich dafür entschieden mich wieder mit den dingen zu beschäftigen die mich wirklich interessieren das hat vor allen dingen mit persönlichkeit also persönlichkeitsbildung menschwerdung zu tun genau das gegenteil eigentlich und jetzt kann ich halt auf diese weise tatsächlich mit euch wieder eins zu eins reden mit dir letztens so wunderschön mit der nadine mit dem k1 habe ich jetzt schon telefoniert mit 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 der maike und und das sind halt alles so gespräche die auf einmal eine stunde dauern würde ich denke so alter ey boah wenn das jetzt wieder irgendjemand anders gehört hätte ne da weißt du ganz genau da sind halt wirklich leute dabei dir wo ist die nächste klappe wo du die reinstecken kannst aber andere wissen ganz genau wovon wir reden weil die nämlich solche sachen mittlerweile auch halt eben schon gefunden haben und auch als wert befunden diesen dingen interesse zu schenken so und jetzt ist das halt eben dadurch bin ich automatisch wieder viel produktiver ich mache wieder videos ich male auf einmal wieder weil ich videos gucke die mich interessieren die aber dann oftmals nichts mit dem bild zu tun haben sondern mit dem sound also wirklich akustische eindrücke liefern so dass ich meine augen meinem eigenen bild schenken kann dass ich dann da gerade male und solche sagen weil auf einmal wieder raum ist weil facebook hat mich mit allen sinnen dann quasi auf trab gehalten ich brauchte meine hände zum tippen ich brauchte meine augen zum lesen und ich brauchte meine ohren zum hinhören das hat ne und das ja das ist das was ich meine das ist einfach sehr einengend ne und es schürt außerdem dann noch angst und ja hält sich halt eben auch sehr ans narrativ wobei das halt eben das ist was in den in den sozialen netzwerken eigentlich nicht zu bändigen ist weil halt eben viele freigeister sich da auch noch rum tummeln aber es ist halt eben trotzdem auch sehr diktiertes programm immer noch halt auch in den alternativen kanälen also auch unter all denen die hier heute großartige weisheiten verbreiten sollte man inklusive mir überprüfen was ich sage also man sollte alles hinterfragen verstehst du weil selbst wir wissen ich weiß immer egal was ich weiß dass ich ja im grunde gar nichts weiß weil das ist ja also wenn ich mit anderen leuten diskutiere auch über corona sage ich immer weißt du das problem ist unser wissen ist ein tropfen und alles was wir nicht wissen ist das ganze große weite mehr im grunde ich will auch mit keinem streiten weißt du ich möchte einfach nur in frieden leben dazu gehört halt auch dass ich andere leute in frieden leben lasse genau mit dem wissen dass wenn wir uns gegenseitig in ruhe lassen jeder von uns in ruhe leben kann geil ne also das ist auch einfach logik das ist nicht irgendwie links oder so das ist einfach logisch ja ich weiß nicht also ich glaube so wenn ich so höre auch jetzt wie leute einfach in linke oder rechte ecken gedrückt werden ne weil sie irgendeine meinung vertreten die jetzt gerade nicht sag ich mal die meinung der der mehrheit der meisten leute hier irgendwie gleich kommt da bist du ja direkt abgestempelt in irgendeine richtung ich habe schon alles gehört also ich weiß dass ich bei manchen leuten die linke bin bei manchen aber es gibt auch linke bei denen bin ich dann eher wohl die rechte die gucken dann drauf ich habe manchmal meinungen die dann halt da auf mich passen und ich muss aber sagen ich fühle mich wohl damit dass ich nirgendwo wirklich dich reinpasse also jetzt politisch gesehen kann ich sowas von nachvollziehen ich will da gar nicht irgendwo zuortbar sein es soll für mich auf jeden fall ich freue mich dass die leute mich da nicht einordnen können weil ich da eben auch gar nicht in keine der angebotenen kisten rein will ich will mich überhaupt gar nicht davon positionieren weil ich das ganze spiel doof finde ich will nicht mitmachen ich habe andere vorstellungen vom leben als deutscher zu sein und bloß weil ich mich darüber definiere deswegen eine Angela Merkel oder sonst wen als als meine Autorität anerkennen soll das ist so ein ich glaube aber da hat sich jetzt gerade was verändert ich bin mir nicht sicher ist die Merkel noch aktuell oder bin ich nicht auf einem neuen Stand weißt du das schöne ist es interessiert mich nicht ich will es nicht wissen okay ich weiß es nämlich auch nicht es interessiert mich nicht mir braucht keiner irgendwann zu erzählen wer jetzt der Nachfolger von der Frau Merkel ist es interessiert mich genauso wenig wie wer Bürgermeister von Timbuktu ist weil es mit meinem Leben nichts zu tun hat nada ich weiß auch nicht wie ich da gerade drauf gekommen bin ja nee das ist halt eben weil es Themen bezogen ist deswegen bist du drauf gekommen logisch das ist es ja das ist ja das worum ich sage ich bin froh dass ich da raus bin ich und wirklich für mich jedes mal wenn ich darauf ich habe das ist total geil durch meine Einstellung wir wissen ja dass quasi jede Krankheit quasi Auswirkung einer ungesunden Denkweise ist ja die dann zu ungesunden Verhaltensweisen führt und blabla so ähm im Umkehrschluss wenn du gewisse Verhaltensweisen eben nicht mehr so blöd anwendest oder dir antrinnt dann hast du ein gesundes Verhalten und dann kommen äh gewisse Sachen nicht mehr so und Allergien da weiß man das noch viel mehr dass das psychisch ist als was man jetzt mit einem Beinbruch sehen könnte auch der Beinbruch kommt von einer Unaufmerksamkeit ähm also es ist auch definitiv Folge einer ungesunden Verhaltensweise dann ähm es sei denn man fügt sich halt absichtlich zu gibt's auch aber selbst das ist dann auch nicht unbedingt gesund aber manchmal macht man sowas weil keine andere Wahl hat ähm und ähm dann ist es halt äh mit den Allergien tatsächlich so dass man sich die zunutze machen kann ich habe eine Aversion entwickelt die sich offensichtlich anfängt schon körperlich auszudrücken es fängt also zum einen ist es es fängt damit an dass wenn ich ein Mainstream-Thema als solches erkenne sofort meine Hände zurückzucken will ich nicht sehen respektive wenn da schon was läuft ausmachen weg weg vom Monitor subtrahieren aus der Wahrnehmung möglichst effektiv und schnell und bis das geschehen ist fange ich an zu zittern also so äh jetzt nicht so äh wie die Frau Merkel bei der ja doch vielleicht so ein bisschen in die Richtung schon also wenn ich es weitermachen würde würde es mir wahrscheinlich so gehen wie der Frau Merkel wie wenn die äh die deutsche Nationalhymne hört dann ist sie emotional so gepackt dass es sie körperlich schüttelt ne und das habe ich ich merke dass mein Körper Abwehrreaktionen zeigt und das ist ich habe das ich werde das jetzt mal ausprobieren eine Minute werde ich mir geben und nochmal irgendwas angucken von dem was ich mir vorher angeguckt habe bloß um da halt eben zu ne so sicher fühle ich mich jetzt ich weiß das was ich sage eine Minute dann wird es bei einer Minute bleiben maximal wenn ich das überhaupt muss aber ich will ganz offen wissen ob mein Körper irgendwelche Reaktionen physischer Art zeigt wie ob irgendwas anfängt zu jucken ob ich anfange mich zu kratzen irgendwo oder sonst irgendwas will dabei aber unbedarf ich will das nicht ich will also es stört mich auch nicht wenn es nicht so ist dann bin ich da auch sehr happy drüber brauche ich ja nicht unbedingt aber es interessiert mich trotzdem mal so wenn ne im Notfall muss ich mal irgendwann das mache ich aber jetzt noch nicht muss ich mir eine Viertelstunde anzugucken ob ich da nicht sogar Hautausschlag bekomme ich weiß ja was für geile Hypochonder wir sind ich weiß ja dass jeden einzelnen Ausschlag den ich jemals hatte nur aus solchen Gründen hatte weil ich davon überzeugt bin dass mich das krank macht dein Glaube hat dich geheilt weißt du noch der gleiche der dich krank gemacht also deine Überzeugungskraft deine Sichtweisen haben dich krank gemacht und deine Sichtweisen haben dich gesund gemacht weil etwas passiert ist von dem du überzeugt bist das ist jetzt die Rettung für mich ja nimm dein Bett und geh bro hauen sie rein dann bist du jetzt gesund weil ich meine Hand auf deine Stirn gelegt habe glaubst du aber ich sag dir nicht dass ich meine Hand auf deine Stirn gelegt habe sondern weil du davon überzeugt bist dass wenn ich meine Hand auf deine Stirn lege dass für dich dann die Welt wieder in Ordnung ist das hat dich gesund gemacht jetzt nimm bitte dein Bett und diese Information mit und geh die Bibel hat uns schon einiges hinterlassen du musst erst mal hinterkommen was das bedeutet wie oft sind mir Sachen dann irgendwann halt eben bewusst geworden oder die die ich dann die ich dann irgendwie verstanden habe ach so funktioniert wo mir dann irgendein Bibelzitat zu einfiel krass steht so da in der Bibel das ist öfters passiert so und seitdem weiß ich auch okay mit der Bibel das kann man nicht sagen das ist alles du kannst sie also wenn du wenn du sagst die Bibel ist scheiße dann wird sie für dich auch einfach unbrauchbar sein und wenn du wenn du glaubst sie ist deine Rettung ja äh das ist immer ein sehr diffuses Ziel du musst es dann wenigstens sagen wie sie dich retten soll naja aber wenn die Menschen nicht selber daran glauben dass sie sich selbst retten können ist das auch schwierig also ich denke ja das ist auch glaube ich das ist genau das worüber ich heute in meinem Video gesprochen habe diese Abtrennung von uns selbst dieses ne wir die wir die Könige die Mächtigen die Götter die sind die unser Leben maßgeblich jeden Tag immer noch absolut mehr beeinflussen als irgendjemand anders der Uli hier mein lieber Freund der hat mir ein Buch vorgelesen und zwar Anastasia ja sehr interessant auch und genau und genau die sagt das ja auch ne also äh dass wir alle das Göttliche in uns tragen ja und das könnte für manche Geschwubel sein aber wenn man mal tief in sich geht vielleicht kann man das ja sogar fühlen weil also ich kann ich schwöre dir ich Jenny ich schwöre dir das was ich heute von mir gebe das ist nicht was was ich aus irgendwelchen Büchern habe das ist das was ich sehe weil ich mir auch erlaube diese Sichtweisen zumindest für eine Zeit der Beobachtung bis ich weiß wovon ich da überhaupt rede einfach auch erlaube mal einzunehmen ich erlaube mir die Dinge so zu sehen und dann kann ich sie auch sehen daran erkenne ich was sinnvolle Sichtweisen sind die mir helfen und mein Leben erleichtern und welche eben nicht und die für mich nicht sinnvoll sind und vielleicht für andere nützlich sind aber definitiv nicht mein Leben erleichtern was hin zu Sklaverei führen kann das ist die Grund das ist die Grundannahme die überhaupt erstmal gelegt werden muss damit es irgendwann mal Sklaverei geben kann und da kann man sich lange überlegen und darüber reden ob das ja Recht ist Stärkeren oder bla oder hey ich rede da kommen die mir mit irgendwelchen politischen Sachen hey wenn wir anfangen einfach zusammen zu arbeiten dann wird es diese ganzen Sachen nicht mehr geben es wird dann niemand mehr den Grund haben irgendwen zu ermorden auszurauben sonst irgendwas weil in dem Moment wo wir wieder Zugang zu uns selber finden wir feststellen dass es nicht ja relativ entsteht halt eben auch alles in Relation zueinander so und wenn wir halt eben auf einmal wieder erkennen dass wir eigentlich selber viel viel mehr wert sind ja da wird es auch sowas wie Eifersucht nicht mehr geben die wird obsolet die wird keiner mehr empfinden weil der Boden dafür entzogen worden ist wenn wir mit uns selbst wieder eins werden wenn wir von dieser Entfernung die wir durch die Kirchen die Religionen erfahren haben halt wieder rückgängig machen können und uns wieder uns selbst annähern kommen das ist eine Umkehr in vollem Umfang das bedeutet letztendlich dass nicht nur wir selbst sondern jeder jedem dem das jeder der das tut der umkehrt und wieder zu sich selbst zurückgeht und sich von diesen ganzen erfundenen Themen die alle angeblich so wichtig sind und von irgendwelchen Mustern und was weiß ich was einfach mal löst und befreit und einfach sagt hey Moment mal was ist denn eigentlich mit mir und warum sehe ich alles so wie ich es sehe das ist eine super interessante also eigentlich habe ich noch nie irgendwas interessanteres in meinem Leben gefunden als das was ist eigentlich mit mir warum sehe ich Dinge so wie ich sie sehe da auf einmal war ich im Film drin aus dem bin ich überhaupt nicht mehr raus gekommen aus dem will ich auch gar nicht mehr raus weil davon rede ich ja auch die ganze Zeit ich würde das ja nicht bewerben wenn ich das nicht so wahnsinnig toll finden würde und ich bewerbe das nicht weil ich Geld für kriege oder sonst irgendwas sondern ich bewerbe das was ich voll im Umfang von überzeugt bin und mir das hilft und das ist einfach was das gebe ich unheimlich gerne in voller Liebe weiter weil ich weiß was das bewirkt wenn das auf einmal anfängt zu synergieren wenn auf einmal nicht nur einer gerade jetzt mit sich selber wieder auf einmal in Einklang kommt und sich selbst wieder erkennt sondern auf einmal Leute aufeinandertreffen die sich darüber unterhalten können was sie dabei erfahren wie das bei ihnen ausläuft und dann aber auch den Leuten das Konstrukt mitgeben können so näher dich dir selbst fang an dich einfach mal für dich selber zu interessieren das hat nichts mit Egoismus oder Egozentrik zu tun das sollte der reine Selbsterhaltungstrieb erlauben und vorgeben das ist nicht egoistisch es ist auch nicht egoistisch meine verkackten Wunden zu lecken oder aber das lassen wir uns eben weismachen wir lassen uns alles weismachen bis hin zu dass es verboten ist von der römisch-katholischen Kirche und zwar durch ein Dekret das von Paul dem zweiten gemacht wurde den kenne ich noch als amtierenden Papst das ist nichts was irgendwie uralt wäre es ist von ihm verboten worden sich auf der Suche nach Gott mit sich selbst zu beschäftigen das ist das Tüpfelchen auf dem I des Ganzen ja aber genau das ist ja so wichtig und dafür braucht man Zeit aber jetzt haben wir sind wir Menschen also wir zwei jetzt speziell die Zeit dafür haben und sich die Zeit dafür nehmen können dürfen wie auch immer deswegen mache ich ja gerade so viel Werbung dafür nehmt euch diese Zeit guck mal alle meine Freunde die haben alle Jobs sind beschäftigt einige meiner Freunde haben auch Kinder die sind so beschäftigt und so unterwegs Ich kenne aber auch Leute mit Kindern die da nicht drin hängen die haben die nötigen Schritte getan um raus zu kommen auch mit Kindern nicht auch mit Kindern sondern eben wegen ihrer Kinder die waren die die Kinder nicht als Entschuldigung vorgeschoben haben aus ihrer Komfortzone rauszukommen sondern das waren die die für ihre Kinder ihre Komfortzone verlassen haben und die können mittlerweile ja hey das sind mitunter bekannte Leute wie die Dagmar Neubronner deren Sohn mittlerweile so alt ist dass das Abi hinter sich gebracht und das ohne in die Schule gegangen zu sein das ist damals sogar in den Medien kurz aufgetaucht oder André Stern der heute Vorträge hält ich weiß nicht wie viel nie in der Schule war Bücher schreibt tolle Musik macht Gitarrenbauer ist und Fotograf und außerdem weiß wovon er redet weiß es weil er das was er wiedergibt aus empirischer Erfahrung aus wirklich wahrer Forschung heraus die sozial unterrichtet genossen also der hatte wirklich Glück weil meine Mutter die hat mir dieses Jahr gesagt Jenny es tut mir leid dass ihr das alles erleben musstet die Schule zum Beispiel sagt sie wenn ich heute mit dem Wissen von heute hätte ich euch früher nicht in die Schule geschickt und das fand ich sehr schön dass sie das sagte weil ich muss auch gestehen dass ich unter diesem Schulsystem gelitten habe ich war nie dumm ich habe mich nie dumm gefühlt aber dieser Unterricht hat mich nicht befriedigt geistig also war ich geistig sehr oft abwägen also mein Lehrer hat das mal schön beschrieben er sagte Jenny wenn ich dich beobachte hier in meinem Mathematik Unterricht dann ist es schön dir zuzusehen wie du erst mit deinen Augen weg von der Tafel schweig und irgendwann sagt er habe ich das Gefühl bist du da ganz weit oben und er hatte es genau erfasst ich habe dann und das war ganz komisch dass er das gesehen hat ich war nicht in der klasse meine Seele oder irgendwas hat den kraschen raum verlassen und ich bin über Eidenhofen geflogen du kannst dir das nicht vorstellen doch kann ich der hat mich total rausgerissen also ich war gerade unterwegs ich habe gerade die Stadt ich habe räumliches denken gelernt ich habe ich habe das Dorf in dem ich gelebt habe von oben gesehen und dann waren Zusammenhänge der Straßen wo die Straßen hin und lang führen auf einmal total klar das war total witzig auf jeden Fall holte mich der Lehrer wieder zurück das war auch so ein komisches Erlebnis und ich wollte gar nicht da sitzen in diesem Unterricht gerade deswegen war ich ja weg und da bist du nicht die Einzige bei weitem nicht wie oft ist mir das in der Schule passiert dass ich einfach dem Stoff nicht folgen konnte weil er mich einfach überhaupt nicht interessiert hat so gar nicht oder halt eben zum Beispiel im Mathe Unterricht ist halt eben einfach dass ich das was aktuell besprochen wurde das hättest auch auf chinesisch bringen können weil ich quasi fünf Stunden vorher schon was nicht verstanden habe worauf das aufbaute ich bin so viel weggedriftet und das ist logisch das passiert dir auch im Knast da gibt es Leute die die da schreiben wie die Gedanken sind frei ja das haben die bestimmt nicht gemacht weil die immer Freiheit erfahren haben sonst wären die überhaupt gar nicht auf die Gedichte kommen das überhaupt zu erwähnen die Gedanken sind frei du kannst einen menschlichen Körper in den Kerker setzen und das ist das was ich halt im Gefängnis auch ausprobiert hab ne jetzt sitzt du hier okay mach den jetzt viel ist nicht möglich was hast du ich hab meinen Kopf ich kann mich jetzt einfach an die karibik an den strand setzen und tschüss war ich weg sieben stunden später hat man mich wieder raus gelassen kam mir vor wie eine stunde in der zeit habe locker drei wochen in der karibik erlebt verstehst du das sind sachen die kannst so normal kaum jemandem erzählen weil die leute das einfach nicht greifen können weil das halt auch auf was aufbaut wo du gewisse vorinformationen einfach für brauchst schön wäre ja wenn man sowas kontrollieren könnte solche Momente in denen man es gibt ja Menschen die können das ich kann das beispielsweise nicht du kannst das trainieren du kannst das auf jeden Fall du hast es ja getan du hast das ja eben selber zur Sprache gebracht hast ja gesagt dass in der Schule gemacht hast und noch mal als Kinder können wir eigentlich alles was wir jetzt wieder lernen wollen telepatieren teleportieren weiß ich nicht aber telepatieren auf jeden Fall die Sprache des Herzens sprechen hatten wir eben das Thema noch mal als Kinder da können wir uns verständigen da brauchen wir keine da reicht das tatsächlich teilweise da brauchen wir noch nicht mal die Muttersprache gelernt zu haben mit anderen Kindern können wir uns verständigen vielleicht nicht immer schön aber klar und deutlich da gibt es keine großen Diskussionen und trotzdem kommen die klar die können und Hunde und und Katzen und Tiere überhaupt die können alle ihren Rang abstecken nur bei uns pervertiert das irgendwie weil wir verlernt haben unsere Mittelfinger vernünftig zu benutzen ich finde das immer wieder sehr interessant wenn ich den Friedensfinger jemandem zeige und klar das ist der Fried immer so eine Abwehrhaltung kommt weil die Leute das nur als aggressiv kennen nein der Mittelfinger ist alles andere als aggressiv den kann man mit einem aggressiven Gesicht präsentieren muss man aber überhaupt gar nicht haben wir aber so kennengelernt scheiße ne dadurch ist uns die Fähigkeit verloren gegangen unseren Fried zu nutzen um Leuten zu zeigen wo Grenzen erreicht sind und das können wir selber wesentlich besser als mit Hilfe von irgendwelchen Politikern die uns dann alle über einen Kamm scheren und für alle gleich geltende Gesetze machen und dann jeder gucken wie jemand parat kommt und eigentlich kommen nur die damit parat die schönen obrigkeits hörig immer machen was man ihnen sagt so und so wenige können so wenige Ausnahmen können die anderen nicht sein sonst wären die Gefängnisse nicht so voll und jetzt sitzt ja nicht jeder Kriminelle im Knast oder in der Klapse das sind all die Aussortierten das ist ein Boom im Moment das sind die Aussortierten das sind die die mit dieser Übereinkammscherung und der Gesetzgebung die ihr da auffällt eben nicht parat kommen ja du musstest ich musste gerade eben schmunzeln die kommen ja nicht kriminell auf die Welt ne das Problem ist ja dass dass die von diesem ich sag mal System ich mag dieses Wort aber irgendwie auch nicht oder die Gesellschaft weißt du die hat die Menschen ja so gemacht die sind ja eigentlich sind das ja nur verletzte also was heißt nicht nur aber sehr viele von denen sind halt auch sehr verletzte Menschen man hat sich um die aber nicht gekümmert die Seele ist verkümmert und irgendwann neigen wohl Menschen dazu ich kann das nicht nachvollziehen aber ich muss ja aus eigener Erfahrung sagen ich hab ja nicht umsonst diese Gerichtsverhandlungen gehabt und ich hab mit so einem Menschen zu tun gehabt bei dem ich einfach glaube dass der im Leben also das ist keine Entschuldigung für für das was dieser Mensch getan hatte also jeder Mensch muss für das was er tut auch Verantwortung übernehmen können und wenn man das eben ganz schlecht kann oder damit nicht umgehen kann dann kann man andere Leute auch nicht schlecht behandeln so ja und aber trotzdem um die kümmert sich ja auch keiner so richtig ja sonst wäre das ja weißt du ich denke dass bei manchen Menschen die hätten anderen Leuten Leid erspart wenn man sich um die gekümmert hätte vielleicht auch noch als sie klein gewesen waren oder so ja das ist das ja aber dafür kann ich jetzt diesen Mensch seine Schuld nicht nehmen aber du ich frage auch mich schon mal es sind ja nicht alle Menschen wohlbehalten aufgewachsen ja es gibt ja viele Seelen die als sie noch recht klein waren und die so kleine Herz Menschen waren dass da auch schlimme Dinge passiert sind und wir wissen alle nicht was das mit einem machen kann ich habe jetzt im Erwachsenenalter zum Beispiel Gewalt und so erfahren und ich sage dir das ist an meiner Seele auch nicht spurlos vorbeigegangen das geht nie spurlos an einem vorbei Gewalt ist eine Information die der Empfänger nicht will bekommt er sie trotzdem hat er sie bekommen du kannst ja nicht einfach wieder vergessen und das ist eine angewandte Technik Verdrängung ich muss jetzt irgendwie damit leben wie mache ich das am besten packe ich das irgendwie in eine Kiste und stelle das in eine ganz dunkle Ecke aber tatsächlich habe ich da nichts von weil ich habe das ja irgendwie den Fehler gemacht und bin in die Falle gegangen wenn ich mir das nicht angucke kann es passieren dass mir das nochmal passiert selbst wenn ich es mir angucke kann es passieren dass es mir nochmal passiert aber wenn ich will dass ich es irgendwann wirklich im Griff habe dann kann ich es dann muss ich es mir angucken deswegen Verdrängung ist eine Option aber du machst es dadurch nicht ungeschehen und alles das was wir negatives erfahren beinhaltet immer die Option etwas daraus zu lernen und der Wert des Lernens ist den meisten Menschen offensichtlich völlig verloren gegangen die wesentlich mehr damit beschäftigt sind andere zu belehren und Recht behalten zu wollen oder sonst irgendwas als ihren Horizont damit zu erweitern in dem unser Gespräch ist auch so ich lass dich offen denken du lässt mich offen denken und so entstehen diese Gedanken aber wir gerade eigentlich kein weiteres Ziel verfolgen wir sagen ja nicht diese Dinge um etwas zu sagen sondern weil gerade im Moment die Möglichkeit besteht in diesem babylonischen Problem mit der Laberei Dinge halbwegs klar auf den Punkt zu bringen um da wieder raus zu kommen ja wir sollten mal darüber reden warum wir so viel reden das kann helfen vielleicht reden wir danach nicht mehr so viel machen wieder mehr seit 17 Jahren so meine Idee aber dabei habe ich nicht vergessen auch anzufangen zu machen wovon ich rede auch schon vor 17 Jahren und andere sitzen da halt und reden und reden und reden und kommen irgendwie nicht in die Pötte und da kann ich einfach nicht so viel mit anfangen ich weil die halt eben auch nicht wahnsinnig viele eigene Erfahrungen von sich geben von denen hörst immer nur dann sehr viel was du selber auch schon mal irgendwo anders gehört hast oder so weißt du einfach weißt ja du redest und ich höre das auch wenn jemand aus eigener Erfahrung redet oder wenn der irgendwas rezitiert was irgendwo cool gelesen hat oder so oder aufgeschnappt oder so weißt oder sich gerade selber aus der Birne gedrückt und ich rede gerade nicht von irgendwelchen Leuten ich rede von mir früher all das wovon ich gerade rede das sind alles Sachen die ich früher gemacht habe und heute sehe ich wie sehr ich mir damals damit auf den Füßen gestanden habe das hat mich behindert ohne Ende und ich war behindert ich bin nie bezeichnet worden als Behinderte aber ich selber sage ich war sowas von behindert sowas von wirklich behindert gegenüber heute ich kann mich heute so viel freier bewegen als früher das alleine ist schon ein Indikator dann ja manchmal gibt's nichts mehr zu sagen Ne, ich war gerade auch kurz in Gedanken. So entstehen diese Denkpausen und genau dafür sind sie auch da. Das habe ich auch heute im Video erwähnt, wie halt eben gewisse Sachen, die man in Videos hört oder auch im direkten Gespräch mit irgendjemandem. Oftmals kann ich gerade dem anderen nicht mehr folgen, weil etwas, was er sagt, was in mir hervorruft, mich an Sachen erinnert, mich auf einmal Dinge erkennen lässt, Zusammenhänge erkennen lässt, die für mich definitiv interessanter sind, als was der andere gerade sagt. Und dann ist das nicht persönlich gemeint oder sonst irgendwas. Und Leute, die mich kennen und die ich gut kenne, wir wissen das sowieso, wie oft habe ich das auch bei anderen mitbekommen, dass die abgedriftet sind. Jetzt bei dir kann ich es über Telegram natürlich nicht sehen, aber wenn du jemandem direkt gegenüber sitzt, dann siehst du das auch, wenn es dich interessiert, ob dir überhaupt jemand zuhört oder nicht. Es gibt ja Leute, die reden einfach, weil die hören sich halt auch selber gerne reden, aber hören sich dann halt eben selber leider nicht zu. Deswegen hört denen auch kein anderer zu. Aber das ist halt, ja, das ist halt völlig normal, dass man im Gespräch auch irgendwie dann selber abdriftet. Ja, und das hat mich heute dazu gebracht, ein Video von dem K1 einfach zu unterbrechen, weil ich das ja kann, weil ich ja wie in der Naube, wenn du mal ein Video guckst, einfach die Stopptaste drücke. Und den Gedanken, die sich dann mir in dem Moment zusammen im Kopf einfach sofort auch einfach kurz, ey, stell die Kamera dahin, redest in die Kamera. Du wirst hinterher froh sein, wenn du das noch fünfmal anhören kannst. Und genau so ist es. Wer ist eigentlich K1? Der K1 ist, ähm, und Kölschi Jung mit iranischen Wurzeln, der auch vor vier Monaten angefangen hat, YouTube-Videos zu machen. Und, ähm, auch sehr, sehr interessanten Shit von sich gibt. Hilft definitiv dabei, die Birne, äh, aufzuräumen. Und, ähm, ich hab den kennengelernt, weil letzten Freitag, Samms, 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 irgendwann, Freitag, glaub ich, hab ich zwei Videos gemacht. Und gleichzeitig, irgendwie eine Stunde nachdem ich das zweite hochgeladen hatte, hat der Götz Wittneben auf Freie Horizonte TV ein Video online gestellt, das wir schon vor ein paar Monaten gemacht haben. Und der hat auch eine ganz nette Reichweite. Und da habe ich mich natürlich sehr drüber gefreut. Und dann kam halt einer von seinen Zuschauern, der es dann meinen Kanal angeguckt hat und unter eins meiner Videos geschrieben hat, hey Bauchy, cool, hab dich gerade beim Götz gefunden, kennst du den K-Wan, der redet genauso wie du. Also K-Wan, der heißt K-E-Y-W-A-N, das ist einfach ein iranischer Name, so wie P-M-A-N. Ah, okay. Ja, und der K-Wan macht halt eben auch Videos und das habe ich mir dann halt auch direkt mal angeguckt und bin dann wirklich Stunden auf dessen Kanal hängen geblieben. Stunden. Ne, das war am Donnerstag, glaube ich. Und am Freitag war dann der Tag, glaube ich. Ey, es ist mir scheißegal, keine Ahnung. Es ist mir scheißegal. Jetzt war es in dem Moment, wo dann halt eben der, dann hatte ich ihn angeschrieben und er sich dann auch bei mir gemeldet hat. Irgendwie, keine Ahnung, keine 24 Stunden, nachdem ich auf den gestoßen bin. Ja, und seitdem entwickelt sich, ich sage, ich habe es gestern so ausgesprochen, es fühle sich an wie der Beginn einer langen Freundschaft. Ne, ich merke, wenn ich Leute, ich merke, wenn ich meine Leute treffe, so wie das bei dir war, wo ich auch am Anfang schon einfach wusste, du wirst mir sehr lange erhalten sein und beim K-Wan weiß ich das einfach auch. Schön. So, der hat, ja, da sind ganz bestimmte Dinge an dem, wo ich sage, cool, alles klar, das ist kompatibel. Ne, und bei ihm merkst du halt auch, dass er nicht einfach nur irgendwie ein Redner ist, sondern der macht. Heute hat er ein Video gemacht vom Elternsprechtag. Hat da einfach eine versteckte Kamera mitgehabt und hat dann gezeigt, was ihm da so passiert ist. Und, ähm, das Video sollte eigentlich jeder teilen. Ich kann das hier mal verlinken. Interessant, warum, ach so, ja, da kann ich ja jetzt gerade nicht sehen, glaube ich. Ja, kannst jetzt gerade nicht angucken, aber kannst du, äh, ich habe es in meiner, bist du in meiner Telegram, folgst du meinem Telegram-Kanal, weiß ich gar nicht. Äh. Was hast du denn für einen Telegram-Kanal? Äh, Bauchy auf Sendung. Ach so, warte mal. T, T.me Slash Bauchy auf Sendung. Ach da, okay. Ja. Und da habe ich auch das Video vom, 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 äh, K1 geteilt. Und dann hast du, wenn du das anmacht, dann hast du auch direkt deinen Kanal da. K1, K1. Also, K, also Betonung auf, K, auf K. Ja, also alles lustig auch. Aber natürlich ist diese Anspielung mit K1 auch irgendwie, das ist schon, ja, passt schon. K, K1. K1. Ja. Ähm. Ich muss jetzt aber langsam mal Schluss machen, weil ich auf jeden Fall gerade nochmal schnell rüber, äh, Dingsen. Ich, äh, ja, ich bin nämlich noch verabredet heute. Boah. Und wir quatschen schon insgesamt eine Stunde und 43 Minuten wieder. Wie, wie mit dir immer die Zeit vergeht. Ich finde das echt bemerkenswert. Das sind einfach wieder fast zwei Stunden weg, aber halt auch wieder so voller Inspirationen immer und sowas alles. Ich finde das immer sehr, sehr toll, sich mit dir unterhalten, so unterhalten irgendwie. Geht mir genauso. Das sind einfach immer schöne Gespräche. Ja, Jenny, äh, dann danke ich dir für den Anruf und freue mich auf den Nächsten. Vielleicht kommt der von mir, weiß ich, und wirst man ja nie, ne? Einer von uns beiden wird sich schon wieder melden. Ja, würde mich auf jeden Fall freuen. Dito. Ja, dann bis bald. Dann bis bald. Ich will dich gar nicht aufhalten. Das lasse ich schon gar nicht zu. Siehst du, soweit kann ich auf mich selber aufpassen. Also keine Sorge. Okay. Ich wünsche dir was. Ich dir auch. Tschüss. Ich liebe dich, ciao. Ja, kann ich an dieser Stelle nochmal kurz einfach sagen. Das könnte leicht jedem passieren, gerade der mich anruft. Und, äh, es wird mitgeschnitten. Es muss nicht unbedingt bedeuten, dass, äh, alles davon im Internet landet. Keine Sorge, ne? Aber sowas wie das hier jetzt zum Beispiel, wo ich einfach, Alter, jetzt, das ist wieder so ein Moment, mach das Ding an. So. Weil, ich dachte mir schon, in diesem Moment, scheiße, wieso hast du ja die letzte halbe Stunde wieder nicht aufgenommen? Und, da ich das so oft gedacht habe und dann trotzdem den Moment verpasst habe, dann wenigstens noch anzumachen, ne? Ja, geht einfach mal davon aus, dass bei Bauch hier alles mitgeschnitten wird. Äh, und habt trotzdem keine Angst, dass irgendetwas Privates im Internet landen soll, das da nicht reingehört. Ähm, ja, bleibt mir gewogen. Tschüss mit F. Gehabt euch wohl. Liebe Grüße an alle. Und, äh, bis neulich. Tschüss.